Hallo Freunde! Ich bin Sophia und das ist mein Bruder Elia. Er kommt gerade aus der Schule und jetzt muss er zur Arbeit beim Burgerladen um die Ecke, wo er vier Stunden lang Teller wäscht. Warum? Weil er unseren Eltern eine riesige Geldsumme schuldet. In seinem Alter ist es nicht einfach, viel Geld zu verdienen. Darum arbeitet er sieben Tage die Woche. Doch auch wenn er bis zum Ende seiner Schulzeit so weiter arbeitet, wird er seine Schulden nicht los sein. Dad sagt, zahl uns zurück, was du kannst. Und später schauen wir dann weiter. Jeden Tag nach der Schule arbeitet Elia im Burgerladen. Und am Wochenende macht er Gelegenheitsjobs in der Nachbarschaft. Bei schönem Wetter verkauft er Limo vor unserem Haus. Er meint, dass ihm das am meisten Geld einbringt. Wenn das Wetter nicht so gut ist, mäht er bei unseren Nachbarn den Rasen oder geht mit ihren Hunden Gassi. Meine Eltern führen gemeinsam einen Geschenkeladen. Sie sind beide Workaholics. Seit Jahren arbeiten sie sehr hart. Jeden Tag sind sie von 8 bis 21 Uhr auf der Arbeit. Das ist der Grund, warum all das passiert ist. In letzter Zeit lief das Abenzimmer so ab. Zuerst essen wir gemeinsam. Dann geht Elia in sein Zimmer. Er holt seine Tageseinnahmen und gibt sie unserem Dad ab. Dad zählt das Geld und notiert den Betrag in seinem Notizbuch. Danach sagt er Elia, wie viel Geld er unseren Eltern noch immer schuldet. Also, warum schuldet Elia unseren Eltern so viel Geld? Und warum arbeitet er so hart und gibt unseren Eltern das ganze Geld ab, ohne sich zu beschweren? Es wird Zeit, euch das zu erklären. Wie gesagt, meine Eltern arbeiten zusammen in ihrem Geschäft und es ist ihr ein und alles. Ihre Kunden sind Touristen. Der Geschenkeladen hat das ganze Jahr lang täglich geöffnet. Elia und ich müssen uns also praktisch selbst erziehen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Das Tollste daran ist, dass wir selbstständig sind. Auf der anderen Seite fehlt uns die elterliche Erziehung. Niemand fragt uns, warum hast du das getan oder warum hast du es nicht gemacht? Wenn unsere Eltern abends nach Hause kommen, sind sie zu erschöpft, um sich um uns zu kümmern. Ich dachte eigentlich immer, das wäre ein Segen. Ich finde es eigentlich toll, ganz ohne Druck der Familie aufzuwachsen. Doch leider war das bei meinem Bruder nicht der Fall. Er nutzte die Abwesenheit unserer Eltern völlig aus und verpulverte ein Vermögen mit seinen Videospielen. Das tat er mehrere Monate lang. Erst dann wurde uns klar, dass ihm die elterliche Erziehung fehlte, die er so sehr brauchte. Es war aber leider schon zu spät. Als wir es bemerkten, hatte Elia unsere Familie schon fast in den Bankrott getrieben. Nach der Schule gingen Elia und ich jeweils in unser Zimmer und kamen nicht raus, bis unsere Eltern nach Hause kamen. Ich machte immer zuerst meine Hausaufgaben. Dann telefonierte ich mit Freunden, sah fern oder vertrieb mir die Zeit auf TikTok oder YouTube. Jedes Mal, wenn ich in Elias Zimmer ging, spielte er Videospiele. Ich wusste also, dass er die meiste Zeit mit Spielen verbrachte. Ich wusste aber auch, dass viele Leute in seinem Alter das Gleiche taten und machte mir keine Sorgen. Wie sich zeigte, gab er aber einen Großteil des Geldes unserer Eltern für diese Videospiele aus. Eines Tages kamen wir aus der Schule, aßen etwas in der Küche und gingen in unsere Zimmer. Ungefähr nach einer halben Stunde hörte ich, wie Elias Zimmertür geöffnet wurde und mein Dad zu schreien begann. Dad ist am Nachmittag nie zu Hause. Besorgt schaute ich nach, was los war. Dad hatte eine Kreditkarte in der Hand. Damit fuchtelte er herum und schrie, was hast du gekauft, dass du damit das Limit ausgeschöpft hast. Das ist unsere Firmenkarte. Wie bist du überhaupt an die Nummer gekommen? So erfuhr ich, dass Elia mit der Kreditkarte unserer Eltern einen Haufen Geld für Videospiele ausgegeben hatte. Meine Eltern benutzten diese Karte, um Inventar für ihren Geschenkeladen einzukaufen. Da sie bei vielen verschiedenen Händlern einkaufen, hatten sie gar nicht bemerkt, dass Elia sie benutzte. Als meine Mom etwas kaufen wollte und feststellte, dass das Kartenlimit erreicht war, sagte sie es meinem Dad. Das Problem hatten sie bisher noch nie, da die Karte ein superhohes Limit hatte. Als mein Dad die Bank anrief, erfuhr er, wie viel Elia ausgegeben hatte. Er war außer sich und eilte nach Hause, um ihn zur Rede zu stellen. Danach hatte Elia den wahrscheinlich schlimmsten Abend seines Lebens. Dad hat ihn buchstäblich verhört. Er wollte bis ins kleinste Detail wissen, wofür er das Geld ausgegeben hatte. Ich kenne mich mit Videospielen nicht aus. Ich habe ein paar Mal Candy Crash gespielt, als eine meiner Freundinnen total darauf abfuhr. Mehr nicht. Das meiste, das Elia sagte, verstand ich also gar nicht. Soweit ich mich erinnere, hatte er zum Beispiel einen superteuren Hut in einem Spiel namens Roblox gekauft. Ja genau, ein Hut. Aber es war nicht mal ein echter Hut. Seine Spielfigur trägt ihn während des Spiels. Ich konnte nicht glauben, dass Elia so naiv war. Dad sagte ihm, dass er vier Tage im Laden arbeiten müsste, um diesen Betrag zu verdienen. Er war verärgert und fragte Elia, und ist dein Hut schön? Elia hörte den Sarkasmus nicht heraus. Dad ist so cool. Ich bin sicher, er wird dir auch gefallen, sagte er und lockte sich bei Roblox ein, um Dad den Hut zu zeigen. Daraufhin sagte mein Dad, geh und hol mir meine Werkzeugkiste aus der Garage. Elia verstand immer noch nicht und tat wie geheißen. Dad nahm einen Schraubenschlüssel heraus und zertrümmerte das Handy meines Bruders in kleine Stücke. Seltsamerweise tat er das seelenruhig und ganz bedacht. Mein Bruder traute seinen Augen nicht. Als er schließlich begriff, wie wütend Dad war, sagte er kein Wort mehr. Eigentlich war es eine total lustige Szene, aber ich konnte natürlich nicht lachen. Neben den Spielen hatte Elia auch Geld für YouTuber und einige Streamer auf Twitch ausgegeben. Er wurde sogar der größte Spender für ein Mädchen auf Twitch und sie schaltete ihn als Dankeschön in ihren Livestream. Als sich die Lage etwas beruhigt hatte, schaute ich mir das Video an. Als mein Bruder die Spende machte, traute das Mädchen ihren Augen nicht. Sie stand auf und tanzte vor Freude minutenlang herum. Unglaublich, dass Elia das Geld unserer Familie so verpulvert hatte. Ich fragte ihn, warum er das getan hatte. Er meinte, es fühlte sich für mich nicht wie richtiges Geld an. Ich gab es einfach wie Spielgeld aus. Aber jetzt, wo ich weiß, wie hart es eigentlich ist, Geld zu verdienen, bereue ich es sehr. Aber leider ist es jetzt schon zu spät. Doch wie ist Elia überhaupt an Dads Kreditkartennummer gekommen? Mein Dad war neugierig und hackte nach. Elias Gesicht lief knallrot an. Aber es gab keinen Ausweg. Er startete zu Boden und gestand gestohlen. Jetzt lief mein Dad vor Wut rot an. Wann hast du das getan? schrie er. Elias Augen füllten sich mit Tränen. An deinem Geburtstag, sagte er zitternd. Mom hatte Dad zum Geburtstag eine Massage geschenkt. Wir fuhren zusammen zum Spa, da wir danach alle zusammen essen gehen wollten. Wir warteten während der Massage in der Cafeteria. Elia schlich sich in die Garderobe, schnappte sich die Kreditkarte aus Dads Brieftasche und schrieb die Nummer auf. Zuerst wollte er sich nur in einem Spiel namens Fortnite ein paar neue Dinge kaufen. Doch da niemand es bemerkte, benutzte er die Kreditkarte zweieinhalb Monate lang immer wieder an verschiedenen Orten und gab dabei ein Vermögen aus. Am nächsten Tag beantragte Dad bei allen Firmen, bei denen Elia eingekauft hatte, eine Rückerstattung. Leider ohne großen Erfolg. Einige antworteten nicht einmal auf seine Mails. Dad musste seinen Anwalt um Hilfe bitten. Der hatte einen merkwürdigen Vorschlag. Wenn sie beweisen können, dass ihre Kreditkarte gestohlen wurde, können wir vor Gericht gehen. Dafür müssen sie Elia aber anzeigen. Und er müsste verhaftet werden, damit der Fall dokumentiert wird. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Elia ist noch jung und der Richter wird ihn mit einer kleinen Geldstrafe laufen lassen. Beim Abendessen erzählte uns Dad, was der Anwalt gesagt hatte. Elia hatte wahnsinnige Angst. Er bettelte, Dad, bitte zeig mich nicht bei der Polizei an. Dad fragte, warum nicht? Ich glaube, dass du das verdient hast. Elia begann zu schluchzen. Natürlich würde Dad das nicht tun. Doch er wollte Elia einen Schrecken einjagen, wenn er schon die Gelegenheit hatte. Dad sagte, da wir also unser Geld nicht zurückbekommen, sind das deine Schulden. Du gehst arbeiten, um sie abzuzahlen. So begann Elias Abenteuer in der Arbeitswelt. Den Job im Burgerladen bekam er über einen Bekannten. Ich hatte die Idee mit den Nachbarschaftsjobs. Elia ist sich seiner Schuld voll bewusst. Deshalb akzeptiert er alles, was wir sagen und erledigt jede Arbeit, ohne sich im Geringsten zu beschweren. Hallo Leute, ich bin Hanna. Ich habe auf diesem Kanal das Video Meine Eltern haben meine kleine Schwester lieber als mich gesehen. Das Mädchen klagte, dass ihre Eltern ihre Schwester bevorzugen würden. Die Geschichte dieses Mädchens hat mich sehr bewegt, da ich etwas Ähnliches durchmache. In meiner Familie ist es aber nur meine Mutter, die ihre Kinder ungleich behandelt. Mein Dad würde so etwas niemals tun. Die Person, die meine Mutter über alles in der Welt liebt, ist mein Bruder Andreas. Bitte versteht mich nicht falsch. Nicht mein Bruder ist schuld daran, sondern allein meine Mom. Keine Ahnung warum, aber bei Andreas ist sie immer total verständnis- und liebevoll, während sie mich ständig herumkommandiert und kritisiert. Für meine Mom hat mein Bruder immer Priorität. Ich komme da ganz klar hinter ihm. Da wäre zum Beispiel das alte Handy meines Bruders. Das benutze ich jetzt. Ich bin bald mit der Schule fertig und habe noch nie ein neues Handy bekommen. Sie geben mir immer irgendein altes von sich. Letzten Monat haben sie Andreas ein nagelneues Handy geschenkt. Und ich habe sein altes bekommen. Obwohl er fünf Jahre jünger ist, als ich bekomme ich all die gebrauchten Sachen. Das sollte eigentlich andersherum sein. Ich schätze mal, ich bin da einfach die Ausnahme. Wie gesagt, mein Vater liebt meinen Bruder und mich wirklich sehr. Er behandelt uns nie unterschiedlich. Aber er arbeitet viel und hat nicht wirklich viel Freizeit. Deshalb ist meine Mutter diejenige, die all die Geschenke einkauft. Ich zähle mal alle Geschenke auf, die meine Mom in letzter Zeit für uns gekauft hat. Vielleicht versteht ihr dann besser, wie es mir dabei geht. Erstens. Einen Laptop für ihn. Ein Karaoke-Mikro für mich. Ja, ein Karaoke-Mikro. Ich fragte, warum hast du mir das gekauft? Sie meinte, du singst im Zimmer immer vor dich hin. Da dachte ich, das würde dir gefallen. Zweitens. Ein tolles Fahrrad für ihn. Ein Buch über Albert Einstein für mich. Das erklärte mir meine Mutter damit, dass ich gerne lese. Ja, ich lese gerne. Aber ist es nicht unfair, dass mein Bruder ein Fahrrad kriegt und ich ein Buch? Und schließlich das teuerste Smartphone für meinen Bruder und eine Zimt-Duftkerze für mich. Ich wiederhole. Ein Smartphone für ihn. Eine Kerze für mich. Ich war schockiert, als wir die Geschenke auspackten. Vor Wut lief ich ganz rot an und fragte, Mom, was soll das? Meine Mutter tat total überrascht und meinte verärgert, Hanna, du liebst doch Zimt. Dein Zimmer wird so gut riechen. Jetzt reicht's mir aber. Du bist ja mit nichts zufrieden. Ich kann nichts sagen, obwohl ich ständig so unfair behandelt werde. Warum? Weil meine Mom denkt, sie könnte alles mit mir machen, nur weil sie meine Mutter ist. Sie verbietet mir jedes Mal den Mund, ohne mir überhaupt zuzuhören. Sie lässt mich nie etwas erwidern. Sie hat immer recht, weil sie die Mutter ist. Sie ist schlauer als alle, weil sie die Mutter ist. Nur sie weiß, was richtig ist, weil sie die Mutter ist. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie unterschiedlich sie uns behandelt. Zum Beispiel findet sie, dass Andreas in allem super talentiert ist und unterstützt ihn natürlich bei allem. Er schaut sich ein paar Schachvideos auf YouTube an und meine Mom kauft ihm sofort ein tolles Schachset. Oder er sieht seinen Freund Gitarre spielen und will auch eine. Die kauft sie ihm sofort. Doch Andreas vergisst die Geschenke nach ein paar Tagen und sucht sich neue Dinge, die ihn interessieren. Aber meine Mom kauft ihm trotzdem immer mehr Zeug. Aber wenn es um mich geht, macht sie immer das genaue Gegenteil. Von klein auf hab ich immer gern gemalt. Und ich kann's auch ziemlich gut. Eine Zeit lang fand ich Ölmalerei cool. Den ganzen Tag sah ich mir auf YouTube ein Ölmalerei-Tutorial nach dem anderen an. Obwohl ich meine Mom immer wieder um Malsachen bat, kaufte sie mir nie was. Also sparte ich mein Taschengeld und bestellte sie online. Als die Sachen ankamen, fing ich sofort an, auf der Leinwand zu experimentieren. Als meine Mutter in mein Zimmer kam, sah sie die Ölfarben, die Pinsel und die Leinwand. Sie lachte und sagte, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten für jemanden, der nur Strichmännchen zeichnet? Okay, ich bin vielleicht nicht Frida Kahlo. Aber findet ihr nicht auch, dass eine Mutter sowas einfach nicht zu ihrer Tochter sagen sollte? Sie behandelt mich schon so lange so, dass ich mich zu fragen begann, ob alle Mütter so sind und ich einfach übertreibe. Aber meine Freunde haben normale Beziehungen zu ihren Müttern. Sie verstehen sich gut mit ihnen. Für manche ist ihre Mutter sogar wie eine Freundin. Im Gegensatz dazu kritisiert meine Mutter mich ständig. Meine Hobbys, Kleider, TV-Serien und sogar wie ich esse. Sie kritisiert alles, was ich mache und ich meine wirklich alles. Sie beobachtet mich die ganze Zeit, als ob sie um jeden Preis etwas finden möchte, was mit mir nicht stimmt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich glaube, der wahre Grund für das Verhalten meiner Mutter ist Geschlechterdiskriminierung. Das bedeutet, dass sie meinen Bruder nicht lieber hat, weil er jünger ist, sondern weil er ein Junge ist. Dazu habe ich auch einige Beispiele für euch. Ich möchte zum Beispiel gern studieren, aber meine Eltern haben nicht vor, mich an die Uni zu schicken. Bei meinem Bruder, der erst zwölf ist, wissen wir hingegen schon genau, was er einmal studieren wird. Chemieingenieurwesen. Und wisst ihr, warum? Weil mein Dad eine Firma hat, die Küchenutensilien aus Plastik herstellt. Meine Mom will, dass Andreas Chemieingenieurwesen studiert, damit er irgendwann den Betrieb übernehmen kann. Meine Mom bereitet also meinen Bruder auf die Übernahme des Familienunternehmens vor. Sie glaubt nicht, dass ich das könnte. Warum? Ganz einfach. Meine Mom ist der Meinung, dass nur ein Mann eine Fabrik leiten kann. Also Andreas. Ich weiß ganz genau, dass es um Geschlechterdiskriminierung geht. Aber meine Mom bestreitet das. Als wir einmal über die Uni sprachen, sagte sie, Schatz, ich bin mir leider nicht sicher, ob du an der Uni gut abschneiden würdest. Ich fragte, Mom, warum denkst du das? Sie tat, als wolle sie mich nicht kränken und meinte, du weißt schon. Was meinst du, beharrte ich. Sie antwortete, hast du den Test schon vergessen? Ich war schockiert, das zu hören. Als ich 13 war und Andreas 8, gab uns meine Tante, die Psychologin ist, einen IQ-Test. Es war ein einfacher Test für Kinder. Nichts wirklich ernstzunehmendes, wenn ihr mich fragt. Laut den Ergebnissen hatte ich einen IQ von 105 und mein Bruder einen von 115. Meine Tante sagte, dass 90 bis 110 Punkte einen durchschnittlichen IQ anzeigen, während 110 bis 120 Punkte auf überdurchschnittliche Intelligenz hinwiesen. Aus diesem einfachen Test schloss meine Mutter, dass ich an der Uni Probleme haben würde. Laut ihr konnte nur mein Bruder zur Uni gehen, weil er überdurchschnittlich intelligent ist. Hätte ich also aus irgendeinem Grund weniger als 90 Punkte geschafft, hätte meine Mutter mich für dumm gehalten. Nach ihrer Aussage über den IQ-Test war ich echt sauer auf sie. Und leider tat ich etwas, das sie später bereuen würde. Etwas, das ich sonst niemals tun würde. Ich erzähle heute zum ersten Mal davon. Ich ging ins Bad und dachte über die Worte meiner Mutter nach. Du kannst nicht zur Uni, weil du nicht so schlau bist wie dein Bruder. Es verletzte mich, dass sie so von mir dachte. Ich begann zu weinen. Während ich in den Spiegel sah, fiel mein Blick auf die Zahnbürste meiner Mom. Ich nahm sie und tauchte sie in die WC-Schüssel. Ich dachte, ich würde meine Mom bestrafen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich würde es ungeschehen machen, wenn ich könnte. Meine Mom hat am Abend wahrscheinlich ihre Zähne damit geputzt. Nachdem ich zu Bett gegangen war, bereute ich es sehr. Ich stand auf, ging ins Bad und wusch ihre Zahnbürste für eine ganze Weile. Anders als meine Mom hat meine Oma mich genauso lieb wie Andreas. Zum Geburtstag kauft sie uns die gleichen Geschenke. Wenn sie uns Geld gibt, sagt sie uns immer, dass wir den gleichen Betrag bekommen. Ich wünschte mir, meine Mom wäre wie ihre Mutter. Eines Tages gingen meine Oma, meine Mom und ich shoppen. Wir brauchten Kleider für die Hochzeit meines Cousins. In einem Laden suchten wir ein Kleid für mich. Ich wollte drei Kleider anprobieren. Ich zog jedes Kleid an und zeigte es an beiden, damit sie sagen konnten, wie sie es fanden. Während meine Oma Anmerkungen machte, sagte meine Mutter kein Wort. Beim letzten Kleid sagte ich, Mom, du hast ja gar nichts gesagt. Und wisst ihr, was sie dann sagte? Hanna, leider gibt es kein Kleid, das dir wirklich steht. Reg dich nicht auf, es ist nicht deine Schuld. In Sachen Aussehen hast du die Gene von deinem Vater. Niemand auf der Seite deines Vaters sieht gut aus, egal was er trägt. Dein Bruder hingegen hat meine Gene abbekommen. Ihm steht alles, darum ist es so einfach für ihn einzukaufen. Sehen wir es als Tatsache und halten uns nicht länger mit dem Shopping für dich auf. Ja, genau das hat meine Mutter gesagt. Meine Oma und ich waren natürlich total schockiert. Oma versuchte, ihren Ärger zu verbergen. Warum bist du nur so gemein? Hanna ist ein hübsches Mädchen. Sie sieht toll aus, ganz egal, was sie trägt. Vielleicht stimmt dir was mit deinen Augen nicht. Dann meinte sie zu mir, Meine liebe Hanna, alle drei Kleider standen dir sehr gut. Wir kaufen sie alle. Ich gehe zur Kasse zum Bezahlen. Entscheide später, was du zur Hochzeit trägst. Ich hatte mich schon an das Verhalten meiner Mom gewöhnt und regte mich nicht weiter auf. Aber Oma war außer sich. Freunde, es ist echt toll, mit euch darüber zu reden. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Hallo Leute, ich bin Hanna. Ich habe auf diesem Kanal das Video Meine Eltern haben meine kleine Schwester lieber als mich gesehen. Das Mädchen klagte, dass ihre Eltern ihre Schwester bevorzugen würden. Die Geschichte dieses Mädchens hat mich sehr bewegt, da ich etwas Ähnliches durchmache. In meiner Familie ist es aber nur meine Mutter, die ihre Kinder ungleich behandelt. Mein Dad würde so etwas niemals tun. Die Person, die meine Mutter über alles in der Welt liebt, ist mein Bruder Andreas. Bitte versteht mich nicht falsch. Nicht mein Bruder ist schuld daran, sondern allein meine Mom. Keine Ahnung warum, aber bei Andreas ist sie immer total verständnis- und liebevoll, während sie mich ständig herumkommandiert und kritisiert. Für meine Mom hat mein Bruder immer Priorität. Ich komme da ganz klar hinter ihm. Da wäre zum Beispiel das alte Handy meines Bruders. Das benutze ich jetzt. Ich bin bald mit der Schule fertig und habe noch nie ein neues Handy bekommen. Sie geben mir immer irgendein altes von sich. Letzten Monat haben sie Andreas ein nagelneues Handy geschenkt. Und ich habe sein altes bekommen. Obwohl er fünf Jahre jünger ist, als ich bekomme ich all die gebrauchten Sachen. Das sollte eigentlich andersherum sein. Ich schätze mal, ich bin da einfach die Ausnahme. Wie gesagt, mein Vater liebt meinen Bruder und mich wirklich sehr. Er behandelt uns nie unterschiedlich. Aber er arbeitet viel und hat nicht wirklich viel Freizeit. Deshalb ist meine Mutter diejenige, die all die Geschenke einkauft. Ich zähle mal alle Geschenke auf, die meine Mom in letzter Zeit für uns gekauft hat. Vielleicht versteht ihr dann besser, wie es mir dabei geht. Erstens. Einen Laptop für ihn. Ein Karaoke-Mikro für mich. Ja, ein Karaoke-Mikro. Ich fragte, warum hast du mir das gekauft? Sie meinte, du singst im Zimmer immer vor dich hin. Da dachte ich, das würde dir gefallen. Zweitens. Ein tolles Fahrrad für ihn. Ein Buch über Albert Einstein für mich. Das erklärte mir meine Mutter damit, dass ich gerne lese. Ja, ich lese gerne. Aber ist es nicht unfair, dass mein Bruder ein Fahrrad kriegt und ich ein Buch? Und schließlich, das teuerste Smartphone für meinen Bruder und eine Zimt-Duftkerze für mich. Ich wiederhole. Ein Smartphone für ihn, eine Kerze für mich. Ich war schockiert, als wir die Geschenke auspackten. Vor Wut lief ich ganz rot an und fragte, Mom, was soll das? Meine Mutter tat total überrascht und meinte verärgert, Hanna, du liebst doch Zimt. Dein Zimmer wird so gut riechen. Jetzt reicht's mir aber. Du bist ja mit nichts zufrieden. Ich kann nichts sagen, obwohl ich ständig so unfair behandelt werde. Warum? Weil meine Mom denkt, sie könnte alles mit mir machen, nur weil sie meine Mutter ist. Sie verbietet mir jedes Mal den Mund, ohne mir überhaupt zuzuhören. Sie lässt mich nie etwas erwidern. Sie hat immer recht, weil sie die Mutter ist. Sie ist schlauer als alle, weil sie die Mutter ist. Nur sie weiß, was richtig ist, weil sie die Mutter ist. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie unterschiedlich sie uns behandelt. Zum Beispiel findet sie, dass Andreas in allem super talentiert ist und unterstützt ihn natürlich bei allem. Er schaut sich ein paar Schachvideos auf YouTube an und meine Mom kauft ihm sofort ein tolles Schachset. Oder er sieht seinen Freund Gitarre spielen und will auch eine. Die kauft sie ihm sofort. Doch Andreas vergisst die Geschenke nach ein paar Tagen und sucht sich neue Dinge, die ihn interessieren. Aber meine Mom kauft ihm trotzdem immer mehr Zeug. Aber wenn es um mich geht, macht sie immer das genaue Gegenteil. Von klein auf hab ich immer gern gemalt. Und ich kann's auch ziemlich gut. Eine Zeit lang fand ich Ölmalerei cool. Den ganzen Tag sah ich mir auf YouTube ein Ölmalerei-Tutorial nach dem anderen an. Obwohl ich meine Mom immer wieder um Malsachen bat, kaufte sie mir nie was. Also sparte ich mein Taschengeld und bestellte sie online. Als die Sachen ankamen, fing ich sofort an, auf der Leinwand zu experimentieren. Als meine Mutter in mein Zimmer kam, sah sie die Ölfarben, die Pinsel und die Leinwand. Sie lachte und sagte, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten für jemanden, der nur Strichmännchen zeichnet? Okay, ich bin vielleicht nicht Frida Kahlo, aber findet ihr nicht auch, dass eine Mutter sowas einfach nicht zu ihrer Tochter sagen sollte? Sie behandelt mich schon so lange so, dass ich mich zu fragen begann, ob alle Mütter so sind und ich einfach übertreibe. Aber meine Freunde haben normale Beziehungen zu ihren Müttern. Sie verstehen sich gut mit ihnen. Für manche ist ihre Mutter sogar wie eine Freundin. Im Gegensatz dazu kritisiert meine Mutter mich ständig. Meine Hobbys, Kleider, TV-Serien und sogar wie ich esse. Sie kritisiert alles, was ich mache und ich meine wirklich alles. Sie beobachtet mich die ganze Zeit, als ob sie um jeden Preis etwas finden möchte, was mit mir nicht stimmt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich glaube, der wahre Grund für das Verhalten meiner Mutter ist Geschlechterdiskriminierung. Das bedeutet, dass sie meinen Bruder nicht lieber hat, weil er jünger ist, sondern weil er ein Junge ist. Dazu habe ich auch einige Beispiele für euch. Ich möchte zum Beispiel gern studieren, aber meine Eltern haben nicht vor, mich an die Uni zu schicken. Bei meinem Bruder, der erst zwölf ist, wissen wir hingegen schon genau, was er einmal studieren wird. Chemieingenieurwesen. Und wisst ihr, warum? Weil mein Dad eine Firma hat, die Küchenutensilien aus Plastik herstellt. Meine Mom will, dass Andreas Chemieingenieurwesen studiert, damit er irgendwann den Betrieb übernehmen kann. Meine Mom bereitet also meinen Bruder auf die Übernahme des Familienunternehmens vor. Sie glaubt nicht, dass ich das könnte. Warum? Ganz einfach. Meine Mom ist der Meinung, dass nur ein Mann eine Fabrik leiten kann. Also Andreas. Ich weiß ganz genau, dass es um Geschlechterdiskriminierung geht. Aber meine Mom bestreitet das. Als wir einmal über die Uni sprachen, sagte sie, Schatz, ich bin mir leider nicht sicher, ob du an der Uni gut abschneiden würdest. Ich fragte, Mom, warum denkst du das? Sie tat, als wolle sie mich nicht kränken und meinte, du weißt schon. Was meinst du? Beharrte ich. Sie antwortete, hast du den Test schon vergessen? Ich war schockiert, das zu hören. Als ich 13 war und Andreas 8 gab uns meine Tante, die Psychologin ist, einen IQ-Test. Es war ein einfacher Test für Kinder. Nichts wirklich ernstzunehmendes, wenn ihr mich fragt. Laut den Ergebnissen hatte ich einen IQ von 105 und mein Bruder einen von 115. Meine Tante sagte, dass 90 bis 110 Punkte einen durchschnittlichen IQ anzeigen, während 110 bis 120 Punkte auf überdurchschnittliche Intelligenz hinwiesen. Aus diesem einfachen Test schloss meine Mutter, dass ich an der Uni Probleme haben würde. Laut ihr konnte nur mein Bruder zur Uni gehen, weil er überdurchschnittlich intelligent ist. Hätte ich also aus irgendeinem Grund weniger als 90 Punkte geschafft, hätte meine Mutter mich für dumm gehalten. Nach ihrer Aussage über den IQ-Test war ich echt sauer auf sie. Und leider tat ich etwas, das sie später bereuen würde. Etwas, das ich sonst niemals tun würde. Ich erzähle heute zum ersten Mal davon. Ich ging ins Bad und dachte über die Worte meiner Mutter nach. Du kannst nicht zur Uni, weil du nicht so schlau bist wie dein Bruder. Es verletzte mich, dass sie so von mir dachte. Ich begann zu weinen. Während ich in den Spiegel sah, fiel mein Blick auf die Zahnbürste meiner Mom. Ich nahm sie und tauchte sie in die WC-Schüssel. Ich dachte, ich würde meine Mom bestrafen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich würde es ungeschehen machen, wenn ich könnte. Meine Mom hat am Abend wahrscheinlich ihre Zähne damit geputzt. Nachdem ich zu Bett gegangen war, bereute ich es sehr. Ich stand auf, ging ins Bad und wusch ihre Zahnbürste für eine ganze Weile. Anders als meine Mom hat meine Oma mich genauso lieb wie Andreas. Zum Geburtstag kauft sie uns die gleichen Geschenke. Wenn sie uns Geld gibt, sagt sie uns immer, dass wir den gleichen Betrag bekommen. Ich wünschte mir, meine Mom wäre wie ihre Mutter. Eines Tages gingen meine Oma, meine Mom und ich shoppen. Wir brauchten Kleider für die Hochzeit meines Cousins. In einem Laden suchten wir ein Kleid für mich. Ich wollte drei Kleider anprobieren. Ich zog jedes Kleid an und zeigte es an beiden, damit sie sagen konnten, wie sie es fanden. Während meine Oma Anmerkungen machte, sagte meine Mutter kein Wort. Beim letzten Kleid sagte ich, Mom, du hast ja gar nichts gesagt. Und wisst ihr, was sie dann sagte? Hanna, leider gibt es kein Kleid, das dir wirklich steht. Reg dich nicht auf, es ist nicht deine Schuld. In Sachen Aussehen hast du die Gene von deinem Vater. Niemand auf der Seite deines Vaters sieht gut aus, egal was er trägt. Dein Bruder hingegen hat meine Gene abbekommen. Ihm steht alles. Darum ist es so einfach für ihn einzukaufen. Sehen wir es als Tatsache und halten uns nicht länger mit dem Shopping für dich auf. Ja, genau das hat meine Mutter gesagt. Meine Oma und ich waren natürlich total schockiert. Oma versuchte, ihren Ärger zu verbergen. Warum bist du nur so gemein? Hanna ist ein hübsches Mädchen. Sie sieht toll aus, ganz egal, was sie trägt. Vielleicht stimmt dir was mit deinen Augen nicht. Dann meinte sie zu mir. Meine liebe Hanna, alle drei Kleider standen dir sehr gut. Wir kaufen sie alle. Ich gehe zur Kasse zum Bezahlen. Entscheide später, was du zur Hochzeit trägst. Ich hatte mich schon an das Verhalten meiner Mom gewöhnt und trägte mich nicht weiter auf. Aber Oma war außer sich. Freunde, es ist echt toll, mit euch darüber zu reden. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Es ist echt nicht fair, wenn Eltern eines ihrer Kinder bevorzugen. Manche von euch sind sicher in einer ähnlichen Situation. Es tut gut, seine Erfahrungen aufzuschreiben und alles rauszulassen. Ich warte auf eure Kommentare. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!